Damit die Verwirrung noch stärker ist Mach mal die Tür wieder auf Das ist ja echt nexische Stand-Off Oh ne Schlech, schnell, schnell Wo ist das Ding? Jawoll Ok, ich bin in meiner Pose 3, 2, 1 Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hierzu TTT mit einem aus dem Team Pizze und natürlich Stardust Alter Wo ist der denn? Wer hat hier Ich hab nicht weiter geschossen Alter Ich hab noch gar nicht geschossen Ja ich hab noch gar nicht geschossen Alles klar Drei Leute sind tot Keiner hat irgendwie geschossen Ich glaub Jay sind dann What the fuck Irgendeiner von denen Ja du da Jayme Jayme Hilf mir da mal Hab ich's auch Hilf mich Mach den aber nicht Ja hab ich's auch Ja hab ich's auch Ja Bram, wo bist du? Komm her hier Ja ist er Das ist der Bram mit Disco Oh Wo warst du Bram? Jay ist tot, Dalu Das gibt es nicht Das gibt es nicht Wir hast zählt Wir gehen Ey Sorry Oh mein Gott Ey was ne Runde So wieso hat Bram denn mit 2 in? Achso du hast ein Felder gelegt Oh mein Gott Ich hab das große T gesehen Ey beim Mexican Stand Direkt weggedröhnt Weggezogen Ja ich weiß Ich hab auch auf dich gezielt Mit den Tieren Und hab dann nach oben geschossen Hahaha Oh dann ist Peter natürlich das Opfer gezielt Ja das war ganz schön frech Richtig schön Oh schön in den Rücken geschossen Mal warst du One-Shot Das war schon krass Ich bin mal leider Ungegab Nein nicht huge Nicht huge Also ist gut Kompostible Jetzt geh mir doch mal hier aus dem Weg Du Spacko Mir auch Richtig aus dem Sack Kann man ja mal eine andere Waffe haben Gibt doch nicht Jawohl Da vorne wieder Stress gemacht? Nein ey kein Stress Einmal ist lustig Einmal war lustig Einmal war lustig Ja wir müssen die 10 Minuten voll kriegen Dann können wir keine mit uns machen Ah stimmt Da laufen wir gerade alle immer richtig hart Leg rolls Hahaha Alter ne das ist doch nicht cool hier Das ist doch nicht cool hier Loll Alter hat da gerade einer schon geschossen Loll 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 hat da schon einer geschossen Hilfe Job Was ist der denn hin? Proben Über dir du Idiot Hahaha Du Pfeiler Ich hab keine Mut mehr gehabt Loll Loll Die Schrocken Ich hab keine Mut mehr gemacht Was war da denn los? Was war's da du beide gemacht? Nein du bist da hoch gesprungen Oh no Wee Oh no Ihr habe das nicht gesehen Das wir da hochspringen können Na Peter, das wirst du dann direkt jetzt skalieren ey Ja Das ist doch da du ey Damit wir alle lachen So wie jetzt Hahaha Alleine Asht بر Jay kommt rein wo in der Retri Ja Das ist jetzt langsam machen Ich bin nicht mehr losgelaufen. Jetzt ist aber wirklich gut. Das reicht jetzt. Darf man überhaupt schon irgendwelche Pre-Worlds schalten, wenn die unter 50 Minuten sind die vollen? Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Combustible 11. Okay, jetzt. Ganz ruhig. Lass mal umrühren. Stell jetzt wieder hier vorne im Raum drin und warte einfach. Gerade ist ja alles tot gegangen. Komm. Alter. Alter. Ich hab ganz gut dran, ne? Ja, wir wieder eh nur. Okay. Kommst nur mit 1 Profi. Versteht mich wieder. Da findet Jamie mich nie. Da oben. Boah, das geht ja mit allen. Alter, wie lange braucht ihr denn der scheiß Aufzug? Ich hab ja kurz schon gerufen, Christian. Die Runde geht echt lange. Genau, dann gehen wir den Aufzug. Kann man den manipulieren? Ne, ne. Was zum Teufel ist das? Ne, ne. Ganz normaler Aufzug. Ne, ne. Ein Mikrofon? Ja, nochmal ein Stück trinken. Das ist ja irgendwie sowas, wofür man so einen weißen Schalter braucht oder sowas. Ja, du brauchst eine ganze Menge. Das musst du alle vorne in den Startrauben. Du drückst den weißen Schalter. Das muss alles vorne in den Anfangsraum. Und was passiert dann? Du hast doch jetzt wieder irgendeine dumme Falle. Das ist ein Bohrer. Das ist ein Bohrer. Den baust du vorne auf. Und dann wird im Cockpit die Tür aufgemacht. Da kannst du kloppen. Das sieht nicht aus wie ein Bohrer. Ja, das ist ein Teil von 4 oder so. Ja, Jay. What's up? Das ist ja der letzte. Hallo. Hi. Prammen. Ja, Jay. Müssen wir denn direkt so aggressiv sein? Jo. Ich hab' doch gar nichts getan. Boah, machst du denn jetzt ne Feuerwalze? Wär echt die Letzte? Das ist ein Traitor. Ich bin kein Traitor. Ja, ich auch nicht. Dann liegt da doch wer. Das kann natürlich sein. Unwahrscheinlich, aber möglich. Boah. Verarschen. Lebst du den Trepp wieder? Muss ich nicht. Ich breite aber die Leiche im Blick und dann skippe. Oh, schade, Dalu. Ich gebe noch. Ich bin nicht. 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 Gut, dann weiß doch wo ich bin. Ja! Du wirst wirklich wo ich bin, sag! Ja! Deine Waffe guckt halt da raus. Ach so. Und man kann durch das Glas schießen, ist ja geil. Auch wie Bram und Jay sich da... Ja, ich mein, dir... Voll geil! Ja! Das Branden da gemacht hat! Okay, mach dir... Ja, aber das war ja auch wahrscheinlich, dass du das bist. Und dann ist der Fernseher runtergefallen und ich dachte auch, das hat mir gehört. Ne, Ne, Dalu, keine Sorge. Oh, Mann. Die Mellen war aber, glaub ich, leer, Bram und Jay. Oh, Mann. Peter, hattest du den... Hattest du das komische Glas in der Hand? Das war richtig assi. Ja, ich hatte den Bohr in der Hand und dann hast du geschossen. Ah, da schießt sich die Mellen da drauf und... Keiner Tod, keiner Schaden. Hier, du, jetzt... Hier brauchst du den auf. Hier ist jetzt also halb durchsichtig, Peter. Das war assi, ey. Ey, warte. Hast du vorne. Ah, ja, okay, verstehe. Ja, dann hat Christian mich übrigens weggerotzt, was auch sehr witzig war. Ja, du standst vor dem Trailer, ich weiß nicht, wer wir das machen. Bei mir. Sepp. Das ist natürlich scheiß Ausrüstung für diese... Wenn ich lieber die McTen oder gucke, dann hab ich Klicks machen. Sepp, 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 Sepp. Kann ich den durch die Scheibe abschalten? Ja, kannst du, machst du aber nicht. Kannst du nicht. Kannst du. Kannst du dich? Du kannst die Kamera holen, ey. Du kannst durch die Scheibe, Leute, er schießt. Dann brauche ich die schon jetzt hier chillen. Ja! Okay, dann geht das, Sepp. Du hast gesagt, das geht nicht. Nein, du hast gesagt, das geht nicht. Nein, du hast gesagt, das geht nicht. Ja, ich hab gesagt, das geht nicht. Tschüss. Okay, nicht mehr Tschüss. Tschüss. Ich geh erstmal scheiß. Oh, du hast gekauft. Da, du is it. Du hast ne Bombe gelegt. Da, du is it. Was ist, ist eine Toilette? Welcher Toilette warst du denn? Scheiß auf. Nein! Und? Ich hab fertig geschissen. Christian hat auch bei jemanden gekehlt. Bleiben. Ich glaub hier. Noch einen unten. Noch einen unten. Pass auf. Ist halt so. Okay. Hier wurde gemordnet. Da oben. Da ist Peter. Hier unten. Ey, Bram. Ey, Bram. Bram, komm schnell her. Runter. Ja, da unten. Oh. Da unten ist auch Christian. Christian ist tot. Oh Gott. Da unten brennt's. Ich hab da zumindest ein bisschen Damage gekriegt. Nein. Okay. Jetzt ist es da, du. One on two. Bram, wie geht's dir? Geht's dir okay? Alles gut. Alles fein. Ich bin hier oben mit den Piloten und der sagt, dass wir gleich landen. Das ist schön. Wenn es nach mir geht und mit meinem Skill landen wir gleich in die Pausen. Nein, der kommt um mich zu holen. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, renn weiter Peter. Rennen. Wieso? Tja. Das ist ein Zalu treibt die Leute wie so eine Herr der Schweine. Ich wollte, dass er in die Melone rennt. Er war doch fast da. Ja, das ist so vollkommen klar. Aber das... Das er auch einfach nicht schießt, weil es so weit von mir geht. Rennen weiter Peter. Noch ein Stück. Und dann hast du jetzt Bram einfach nonchalant auch noch weggeknallt oder was? Ich weiß nicht, warum die ganzen Sachen explodiert sind. Hier ist gerade auch schon wieder was hochgegangen. Ist ja doof. Schnell, 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 schnell. Ich dachte, du wusstest, dass du durch das Arsch ist. Das hatten wir doch schon ganz oft. Nee. Anscheinend nicht. Ich dachte, ich wusste es nicht. Sepp hat noch keine Waffe geholfen. Aua, ich hab schon... Sepp hat noch keine Waffe geholfen. Sepp hat noch keine Waffe geholfen. Das ist ja nix. Ich hab mittlerweile sogar angeflogen. Okay. Aua. So. Boah. Sepp, 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 sepp. Sepp, sepp, sepp. Sepp, 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 sepp. Sepp, sepp, sepp. Sepp, 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 sepp. 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 Sepp, 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 sepp. Sepp, sepp, sepp. So'n Morgenschiss abgeschrieben. Ah, es wird doch, Peter. Nein. Jaja. Du hast gesunken wieder. Nein. Ja. Peter. Peter, Peter war's. Peter war's. Ich bin selber tot. Alter, ich bin fast selber dran gestorben. Ich bin das nicht. Ich bin sofort tot. Er ist fast selber dran gestorben. Heißt, er hat's aktiviert. Das ist Peter. Ja. Wisst ihr? Ist das bei mir? Ach. Du hast gesagt, du bist fast selber dran gestorben. Ja, bin ich auch fast. Ist das eindeutig, dass du das gemacht hast, oder nicht? Ja, weil er gesagt hätte, ich hab's gemacht. Moment, weil er gesagt hat, ich... Alter, ich hab grad gehört, wie jemand eine Mäle geplastet hat. Ja, und zwar genau vor meinen Schrank. Das ist aber Assi. Ist das unter uns gewesen? Keine Ahnung. Jetzt ist er weg. Dalu! Dalu schießt auf mich. Dalu ist es. Der ist unten. Au! Ey! Ich hab Dalu gemacht. Dalu's Traitor. Ja, das stimmt. Okay, cool. Hat der dich eingesperrt? Ja! Das ist der andere, Peter oder Sem. Ne, ich glaube, Jay. Ich glaube, Sepp ist gerade gestorben und Jay hat fies gelacht. Das klingt doch ein bisschen nach Jay, oder? Äh, was passiert denn hier? Sepp scheint nicht gestorben zu sein. Jetzt sterb ich. Ich hab gerade jemanden eingepackt und ich hab nix gemacht. Ja, da hätt Christian hier aufgemacht. Ja, da hätt Christian hier aufgemacht. Dalu, hast du die Tür aufgemacht? Doch, du kannst nicht nur das. Du kannst die Scheibe auch kaputt machen. Die hat ungefähr 1000 HP oder so. Ach so. Nein, nein. Leut. Yes! Gott sei Dank. Ich hab grad tatsächlich ne Shotgun bekommen und dann einfach aus Reflex Q gedrückt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Bevor ich hier wieder beim Kacken hier des Kaufens bezichtigt werde. Unverschämt hätte mich die an dieser Stelle nochmal angehalten. Dinger, ex. Alter. Ach, Menno! Nein, Dalu, nein, Dalu, nein, Dalu, nein, Dalu, nein, Dalu, nein, Dalu, nein, Dalu. Ich wollt doch... Jetzt lass mich doch mal in Ruhe meine Notdruck verlieren. Sepp, 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 Sepp. Nein, Sepp, schieß! Fick dich, Sepp, das war ein Tötung. FEDER, komm zu dir. Das war eine Tötung. Hab keinen Bock auf die Kacke. Töte mich. Hey, 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 hey. KJ hat Sepp mich schrot. Ohne Scheiß! Das ist so ein Witz! Dalu kommt dazu. Ist das ein Skandal? Das ist Skandal. Warum machst du das denn immer? Du hast ne Shotgun und schließt neben mir. Hey, hey, ich bin hier. Jay steht aber rechts daneben. Bram. Ja, das könnte jetzt aber einfach nur gut geschauspielert von Jay sein. Jay, Jay ist... Ja, ich bin es. Diese Runde. Aber trotzdem, Sepp, du gibst mir einfach Vorlagen, das hat keinen interessiert. Dann ist es dumm. Aber da hat jemand was gekauft. Moment, das sind die Ambushay jetzt. Ja, ich. Das ist natürlich scheiße. Ich bin der Letzte wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Ja, das ist der Schuss. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ach Jay, du warst schon gar nicht mehr in dem Raum und ich hab einfach an die Wand geschossen, du Mongo, ey. Du gibst mir halt einfach Vorlagen um Vorlagen Das interessiert halt keinen Das ist halt einfach Quatsch, dass du das immer machst Ich hab noch eine Runde geholt Ich hab noch eine Runde geholt Und damit vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Aber die 10 Minuten überhaupt voll? Ja, wir haben über 10 Minuten Machen Blackscreen nur am Ende Die Munde macht einen Blackscreen Über ihre Augen, weil ihr ein ganz kurzer Amateur-Pornos Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Haut rein